Das ist der Typ, von dem ich euch erzählt habe. Ich glaube, ich weiß, welcher Typ Sie sind. Sie sind einer von denen, die vieles wissen. Aber wissen Sie, was Sie nicht wussten? Was denn? Wie sich meine Faust anfühlen wird. Denn wenn Sie es gewusst hätten, hätten Sie nie zum Fahrbeimer gegriffen. Ich werde Ihnen jetzt mal was erzählen. Los, komm, komm. Das kleine Flittchen.